Hallo Drio, hier ist das Weidkamp-Sofa und wir trauen uns mal bei der Industrie-Spionage beim Spiel Shadow Warrior 2 hinein. Nicht wahr? Ja, genau. Und wo ist ein Gegner? Ich sehe gar keinen Gegner. Die kommen bestimmt jetzt irgendwo. Oh, er lädt, er speichert. Ja, er zeigt mir Punkte an. Ja, ich sehe sie auch. Die stehen hier dumm rum, aber die trauen sich nicht hier. So, du siehst die? Ich sehe nicht einen. Ich stehe, glaube ich, über uns. Ach, da hinten, da. So, pass auf, Achtung. Und? Na, das ist ja niedlich. Raketenwerfer schafft ja, naja, nicht mal was. Alter. Auf so einen Typen hier verballer ich mein rechtes Magazin mit meinem Gewehr und es klingt gar nicht. So, toll. Jetzt habe ich Hinrichtertrophäe gekriegt hier. Ähm, ich habe ein paar Gegner nicht vom Arsch. Ja, umwerfen geht bei denen ganz gut, ne? Denk dran. Kannst du schön Stun umwerfen und dann kannst sie, während sie aufstehen, wieder knüten. Wieder erschießen, genau. So, ganz ehrlich, geht weiter. Wer ist besser? Kettensäge geht am besten. Kettensäge geht immer am besten. Aber ich habe ganz viele rote Punkte, aber die sind irgendwie alle nicht hier auf dieser Ebene, ne? Ja, es gibt ja Fahrstühle nach oben. Ja, nehmen wir den kurzen Weg, ne? Wir nehmen den langen Weg, ne? Treppe. Echt jetzt? Unten geht unten? Was ist das? Da fliegt wieder was rum. Ach, ja, klar. Treppe. Wo ist denn der Herr Snorx? Ah, da hinten. Treppe. Ja, ja, ja. Es gibt mehrere Treppen, deswegen frage ich nochmal kurz nach. Na gut. Äh, da. Kettensäge. Wo ist sie denn? Er meint dich damit, ne? Achso. Echt? Hier sind noch ein paar Kisten, aber die sind auch nicht hier. Oh, 29 Meter, den muss ich killen wahrscheinlich. Her damit. Kiste, kiste, kiste. Lauf. Ey, der kickt mich weg. Okay. Habe ich mir leid. Also. Oh, hier waren wir nicht so viel, ähm. Der ist Gegner. Ja, ich weiß ja nicht so viel, äh. Umstoßen und erschießen. Ja. Oder einfach nur zu sehen. Spart mich jetzt umwerfen. Ja, das ist ja umwerfend. Ähm. Hier ist irgendwie ein kleiner Skiauflader. Ne, oder? Ne, ist der Hellsauflader. Dass die Gegner auf dem Gleichen... Da ist wieder einer. Wing. Wing is on the wing. Wing wing. Wing wing. Da ist auch wieder einer. Wo? Der ist ja nicht so. Kann ich mal sagen. Viel, äh. Um das entgegenzubeziehen. Ne, also das ist doch echt, äh, easy. Ja, wenn ich es umwerfen, dann, äh. Ich glaube, die einfach so schön zersägen. Oder in deinem Fall. Oder in meinem Fall halt zerschießen. Man zerschießt die Gegner. Da ist noch, äh, irgendwas. Hier läuft noch irgendwas. Läuft noch gar nicht. Hey, hey. Na. Er hat ein Problem. Er hat uns als Gegner. Das ist aber nicht nett von uns, oder? Nein. Es ist so geil. Keine Sonne, Jungs. Und der Blast geht auch auf einigermaßen Distanz. Oder mal, ne? Äh, ja, ich, wenn man zu früh macht, dann will er mega noch Auflagen. Das ist ein Boot dann. Hinter dir? Hinter mir? Ja. Ich kann gerade nicht blasten, warum? Ah, ja, au, ich hab kein Schiebär. Das ist ja doof. Ähm, dann muss ich irgendwas tun. Das Boot behält, ein Opa. Ein Fehlerpistone hält. Oh, was? Ja. Meinst du, der gleich kaputt gegangen ist? Ja, ja, ja. Ja, ich hab mich auch nachgeschossen, hab ich den. Ja, 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 ja. Äh, hier ist auch kein Schiebär. Aber hier sind ganz viele Küsten, glaub ich, oder? Hier ist nur Cha oder Chai. Oder wie komm ich jetzt noch höher? Oder wo sind die denn? Ja, lass erst mal diese Ebene hier abgrasen. Dann mal rund umlaufen. Ich mag ja nichts, äh, vergessen. Also, liegen lassen, meine ich. Hier kann ich aufladen, oder? Oh, komm mal hierher, zu mir. Komm mal zu mich. Hier steht eine kleine Statue, eine Glücksstatue. Gar nicht einfach zu finden. Oh, ja, tatsächlich. 5.200 Geld. Skiregeneration. Zwei Kisten stehen hier drumrum. Und noch eine Kiste. Oh, ja. Ein Glück. Voll, na gut. Ausnahmsweise. Das muss ich wieder händisch nehmen. Ja, das ist... Der zeigt mir aber noch eine Kiste irgendwie an, wo es... Ja, unter uns. Eine Tasche tiefer, die haben wir übersehen. Naja, nicht so wild. Also, wegen einer Kiste renne ich jetzt nicht zurück. Man wird hier zugemüllt mit Scheiß. Das brauchst du nicht. Nein. Das ist so viel. So. Du rennst jetzt nicht runter, bitte. Naja, ich renne hier einfach rum. Wo ist denn die Treppe hin da oben? Wo ist die da hin? Hä, wir spielen. Ach, die ist... Wir müssen irgendwie in die Mitte. Ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen. Ja, da wo du stehst. Stopp, 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 stopp. Stopp. Hier, hier, hier. Hallo. Hier, 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 hier. Wenn ich das so und du bist. Dreh dich um. Ich dreh mich 28 Mal um. Wo? Du brauchst dich nur, in meine Richtung zu gucken. Dann siehst du mich. Ja. Du bist ganz schnau. Wenn ich in deine Richtung gucken würde, wo wäre ich dann? Wo? Da bist du irgendwie. Da. Oh Gott. Aber siehst du mich? Das ist so eine... Grafikfarbensoße hier? Das ist irgendwie... Dein Monitor ist scheiße, glaube ich. Nein. Es ist alles bunt, bonschen und alle gleichen Farben. Ganz ehrlich. Und alles duster. Das ist doch... Das hat nichts mit meinem Monitor zu tun, du. Ich glaube schon. Schlecker-Mäulchen. Du... Schlecker-Mäulchen. Hasenbär. Du bist kein Hasenbär. Das wünschst du, dass du einer wärst. Du bist nicht mal ein Eulenbär. Eulenbär war ein anderes Game. Energie. Und deswegen bin ich jetzt hierher gelaufen. Ja. Wegen dieser kleinen niedlichen Kiste. Ja. Mit diesem Schwanengesang. Wer baut sowas? Ich meine, das ist ja... Ja, vor allem in so komischen Farben. Das ist doch so bonschen Welt hier alles. Was ist das eigentlich hier? Das kostet ja Ski. Darf ich nicht machen. Ich muss irgendwie eine Waffe noch auspimpen, die mir noch Ski zurückbringt. So, ich gehe da jetzt rein. Ja. Müssen wir so erst mal anklicken hier, oder? Stimmt. Ach, da ist ein Gesicht draufgenagelt. Wow, wow, wow. Wenn es in meinem Lieblings-Korporate-Shill ist... Lo-Wang? Wie wunderschön! Ich habe dich in einigen Jahren gesehen. Mein Gott, du bist scheiße. Du wirst wunderschön. Du wirst wunderschön, was access zu Total Media Surveillance wird. Destrohen deine Hoffnung in Humanität? Genau. Es ist wirklich ziemlich amusend. Es ist wie Reality TV, nur... You know, real. How did you get in here? Oh, I had a word with the guards. Sorry, I always mess that up. I had a sword with the guards. Yeah, that sounds like the old Lo-Wang. Does Zillow know about this? This is strictly on the QT. I'm actually here for a friend. A, um, a Miss Kamiko? Kamiko? How is she? I was worried about her the last time we chatted. She seemed nervous. Tell him I'm fine. She's okay. Been through a rough patch, but hanging in there. She sent me to get her notebooks. Well, now this is awkward. She gave me very specific instructions not to give them to anyone. Come on, Zing. You know me. My point exactly. How do I know you're really here on her behalf and not just trying to sell her research to the highest bidder? Because, uh, because, okay, this is gonna sound silly, but she's actually inside my head. Come again? Her? Body got corrupted and her soul was sick? I don't really understand it, to tell you the truth. All I know is she's in here. That is ridiculous. Yes, it is ridiculous. It would make a wonderful TV show, though. I think so. If it were true, but you can't be. Tell him I have to miss 4 o'clock club today. She wants me to tell you she's going to miss 4 o'clock club today. She. The. My word. What the fuck is 4 o'clock club? Conoco used to come by every Friday at 4. We'd drink tea and watch Jackie Chan movies. How that is adorable. You proved your point. The drives have tracking chips in them. I'll send you the chip IDs that will tell you where to find them. I think you're the best. I wish you had a body right now, so I can hug it. You mean the one you chopped up and tossed off a cliff? Um. Yeah. That's the one. Yeah, I gotta tell you. I'm not sure I'm in the market for hugs right now. Fair enough. Ah, ich bin wieder da. Uhuh. So, äh. 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 Äh, 170 Meter. Na unten. Hallo? Machst du wieder alles kaputt hier, ja? Ja, aber ich will noch ein paar Kiste einsammeln, die hier zu finden sind. Guck mal hier. Da haben wir was gefunden. Genau. Oh, wieder so ein Manneken. Ein Manneken. Eine Glücksstatue. Und eine Kiste. Und man soll irgendwie doch nach oben kommen. Also hier gibt's eine Kiste, die über uns ist. Unglaublich. Aber, aber. Hm. Egal. So ist das manchmal. Genau. Egal. So, wo sollen wir jetzt hin? 1200, nee, 122. Nee, 151 Meter. Ja, hier, hier sind wir nach oben. Da gehe ich mal nach oben. Ich bin ja neugierig. War klar. Aber man kommt hier nicht durch. Das ist ja. Noch nicht. Noch nicht. Okay, das war falsch. Kriegen wir mal da runter? Geht das? Ja, war ein Fehler. Toll. Oh. Aber die Kiste hatte ich noch nicht. Das ist interessant. Oh. Ist das weiter unten? Ja, wir müssen nach unten. Klunk. Äh, da hätten sie doch mal einen Fahrstuhl einbauen können. Da können wir auch runterspringen, oder? Ich bin nach unten. Ganz nach unten müssen wir ja wirklich. Ja. Wir müssen dann durch den Eingang wieder raus. Nee, nee, hier ist einer. Ich habe ihn gefunden. Aha. Nee. Ich bin über dem Eingang. Kacke. Geh einfach durch die Tür wieder raus, wo wir reingekommen sind. Und geh mal einmal ums Eck. Das sieht doch gut aus. Mama. Alter, groß. Da ist noch ein Gegner. Bumm. Oh, meine. Das ist meine neue Kettenwege. Sprich, ich bin hier mit dem Telefon eines Regens. Was hat er denn erlebt? Alter, ich muss das nicht. Oh, mein Herz geht im Arsch hier, echt. Der nimmt die wahre Waffe. Ich muss erst mal ganz woanders hin. Ich muss mich erst mal gleich heilen hier. Ich bin jetzt mal unsichtbar. Was ist das denn? Du bist mich nicht. Du bist nicht. Geil. Hallo? Lalalalala. Oh. Unsichtbare. Nein. Vorbeigeschossen. Spitzel. Ja, geil. Also der Granatwerfer ist schon ganz geil, wenn sie nämlich alle um dich herumstehen. Und dann schießt du mir einfach den Nahkampf in dir in das Gesicht. Dann zieht ich einfach weg. Ja. So habe ich den ja auch schon genutzt, den anderen, den wir hatten. Ja. Was ist das? Ich musste mich heilen. Heilen. Oh. Oh. Toll. Er springt. Ich schieß. Das ist toll. Er springt. Er schießt. Er springt. Ich schieß. Ich schieß. Er springt nicht. Wieder vorbeigeschossen. Einmal. Aber ich kann mich wahnsinnig hier. Ja, dann schieß du auch. Einmal. Ich habe es auch gesehen. Das fällt auch an mir vorbei. Huha. Huha. Ich habe übrigens vorhin mit dem Raketenwerfer mal kurz gespielt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass er mir doch tatsächlich Energie abzieht, wenn ich mich selbst treffe damit. Okay. Das Gefühl hatte ich eben nicht, weil ich stand auch relativ nah. Ja. Ups. Und hat er einfach geschossen. Wahnsinn. Über uns. So. Oh. In der folgenden Anwendung ist ein Fehler aufgetreten. No. Der Fehlerstatus wird geprüft. Oh. Ja, dann können wir hier gleich mal einen Applaus machen, glaube ich. Liebe Leute, hier machen wir mal Schluss. Bis wir das Thema zum Laufen gebracht haben. Tschüss. Genau. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020